herzlich willkommen zu einem neuen morgen morgen heute beginnt mir der tag hat schon begonnen es ist schon ich bin schon über anderthalb stunden wach heute fahren wir ans meer ja gefahren einfach über das wochenende ans meer weil montag ist ja ein feiertag und natürlich nehmen wir euch wieder mit und jetzt frühstücken wir erst mal was bin schon ein bisschen verhungert hier aber ich freue mich jetzt auf mein essen mein schatz freut sich auch und ich zeige euch mal kurz was robert gerade macht was machst du zeig mal was ist das ein tageslichtwecker genau kleine mani ist auch da der robot bearbeiten gestern robert könnte eigentlich mal wieder ein video über seine 24 stunden machen also robert nicht mehr wir freuen uns schön es ist schon viel zu lange her war bei mir gibt es porridge bei schatz gibt es brötchen bei mir gibt es auch brötchen pappau brötchen und leckere marmalade mit rumgeschmack das kannst du essen das ohne egg sehr gut hast du die tür zu so auto sind bestückt und hier ist eine kleine überraschung jetzt kriege ich eine überraschung meine überraschung meine pflanze cool die ist ja schön und der top ist das noch schön hier und für deine gartenarbeit damit sie nicht so eine blasen an den händen kriegst oh danke weil ich nur in erinnerung hatte dass du noch diese plastik ding hast ja weil die naja wo die feder kaputt ist sie funktioniert nicht mehr jetzt hast du siehst du oh danke schön die wollte ich dir unbedingt holen oh danke besten dank ein wasserturm und ein vollgepacktes auto geht eigentlich oder ich habe jetzt einen reisepass leute ja aber ich zeige euch den nicht sonst wisst ihr wo ich wohne ganz so da haben wir eine visa karte drin hier haben wir tankgeld hier ganz wichtig wenn ihr in urlaub fahrt parkgeld kleiner zwischenstand und wir sind an unserem altbekannten see wie heißt das eigentlich wo wir sind die bank am see achso also wenn ihr auch von richtung berlin kommt bank am see da sind wir gerade da kann man schön pause machen jetzt machen wir einen fahrradtausch ich bin jetzt ein bisschen gefahren ungefähr zwei stunden nicht ganz doch zwei stunden ja mir geht es heute echt gut hat sich gut gefahren hauenstau und es hat übelst geregnet aber jetzt hat sich schon etwas aufgeklagt und wir freuen uns schon wir freuen uns schon sehr 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 wir können es kaum erwarten ja genau wir melden uns wenn wir äh mittagessen glaube ich nochmal wir werden auch noch in zehn Jahren diese Szene drehen ja über fast and the furious oh und jetzt vollen stau reingefahren tada tada herzlich willkommen auf der insel und wir sind so nicht fast wir sind jetzt bei low and the fast was hier ist noch 20 über die brücke drüber ah ok nochmal schneller drüber vorne auch noch wir haben gerade noch einen kleinen einkauf erledigt wir waren noch auf toilette in anklamm ja ja zuckerfabrik mh zucker langsam kriege ich hunger ja ich habe ein paar mangos luft getrocknet genascht ich freue mich dann schon aufs mittag wir sind in 10 uhr jetzt an unserer unterkunft und jetzt werden wir unseren schlüssel holen hier ist unsere unterkunft zeigen euch das dann nochmal ausführlich mikroge und rechts der fußboden ist schön aquilo war willkommen Oh, haben wir einen großen Balkon, Schatz. Oh, schön. Ich finde es hübsch. Ja, die Aussicht ist halt eine Baustelle, aber ich finde es ganz hübsch. Ich finde es auch toll. Ein Kühlschrank ist wichtig. Mit Gefrierfach. Wir können dir Eis holen aus Polen. Oh, hier steht Frau Gettke. Ey, die haben den Namen richtig geschrieben. Sehr gut. Oha, ist doch schön. Ich finde es voll. Ich würde sagen, wir drehen erst mal die Heizung her. Mir ist nämlich kalt. Ach, ich finde es echt süß. Ist hübsch gemacht. Oh, die fühlt sich auch erst mal gut an auf den ersten Dings. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich mag es sehr. Guck mal. Ich bin ja nie wieder rein. Die ganze Atmosphäre, da ist die Baustellenatmosphäre. Schaut mal, wie dünn dieses Haus ist. Also wir sind jetzt in der Unterkunft, habt ihr ja schon mitbekommen. Und jetzt gibt es was zu essen. Und jetzt gibt es was zu essen. Ja. Hast du die Mitte gesehen? Und jetzt übrigens erst mal unsere organisatorischen Sachen machen. Also erst mal einkaufen und so, damit wir dann morgen Zeit haben zum Erkunden. im das ist ein Spinatskirn. Ein paar Spinat von der Zwerglicht. Das sieht auch alles voll schön aus. Wo bin ich? Du weißt, du mich? Ich hab gerade. Hier draußen. Hallo. Was sind die denn? An der Ostsee. An der Völnerschen Ostsee. Das ist sehr schön. Und das ist geil. Aber sehr schön. Das ist auch nicht schön. Ne. Der Winterstiefel Winterjacke. Aber ich sage es scheint. So krass. Da wisst ihr jetzt Bescheid. So krass. So krass. So krass.